Unsere Welt ist komplex und dynamisch. Digitalisierung, globaler Wettbewerb, internationale Vernetzung sowie Klima- und Naturschutz sind große Herausforderungen. Um diese zu meistern, brauchen wir Mut und Neugier. Vor allem aber Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge. Das ist Voraussetzung für Fortschritt, gesellschaftlichen Wohlstand, Nachhaltigkeit und Veränderung. Auch du kannst Teil der Veränderung sein. Trage dazu bei, Wirtschaft und Gesellschaft in eine starke Zukunft zu führen. Wir, die Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, bereiten dich darauf vor. Das Studium an unserer Fakultät ist vielseitig und bietet dir die Möglichkeit, deine individuellen Interessen und Ziele zu verfolgen. Ich möchte Innovation gestalten und Nachhaltigkeit fördern. Ich möchte eine gute und erfolgreiche Führungskraft werden. Ich möchte zur Modernisierung und Digitalisierung des öffentlichen Sektors beitragen. Ich möchte in einem internationalen Umfeld arbeiten. Ich möchte verstehen. Bei uns erhältst du die dafür nötigen Kompetenzen. Das Studium an unserer Fakultät ist interdisziplinär. Mit Inhalten und Methoden aus der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre und den Rechtswissenschaften erklären wir Zusammenhänge und Veränderungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Dabei betrachten wir nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch öffentliche Organisationen. Im Master kannst du moderne Vertiefungsrichtungen wählen. Unser Kleingruppenkonzept ermöglicht einen intensiven Austausch und eine exzellente Betreuung. Unsere international vernetzte Forschung ist am Puls der Zeit und fließt in die Lehre ein. Das Studium an der Fakultät WOW eröffnet dir vielfältige Karrieremöglichkeiten und bringt dich an dein Ziel. Wir sind die Fakultät WOW. Wir machen dich fit für die Zukunft. Wir machen dich Tinchen. Wir machen dich, wir machen dich. Wir machen dich, was dich in der Frehlaneste Halter ist. Du bist ein Umweik stattfindet.